Hallo und herzlich Willkommen zurück bei DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Ghostbusters!! ALLA! Es ist DDT-Zeit! Ich bin der Geist, WOAH! Eh, Erik! Was denn? Erik? Was denn? Was denn? Eh... Ahn? Ähm... Tobi? Der Curry wurde grad von nem Bumerang erschlagen Ok, wer war's? Erik? Was denn? Erik? Was denn? Du kleiner Tester! Was los! There's something strange! Ah, läuft mal durch! Die Zähne, Alter! Nee! Nee! Der Tobi, Alter! So ein F trials? Ich habe nicht verstanden was er gesagt hat. Komm zurück äh... ähm Ah StarCurry komm raus ÄH ... Ich bin Slimer Was geil wäre. Wenn Geister Babys kriegen könnten. Stell dir mal vor, so Plopp. So ein mini Popel Wär das nicht voll gruselig? Ja, eben. Die werden schon tot, aber die werden noch da, weißt du? Nein, Siri, nicht mit... Hallo. Was? Was? Siri hat sich... Die wollte gerade mitspielen, glaube ich. Ich höre nur so... Aua! Ich bin grün und ich mag das. Fliegst gleich auf die Fresse, Junge. Auf die Fresse fliegst du. Nein! Alter! Ich habe die Schleimer mit der Stankan abgeschossen. Was ist hier? Oh, voll gut! Ugla, ugla, ugla! Hey, wo ist er? Alter! Ey, warte mal. Was ist da geflogen? Weiß ich nicht. Erik? Hahn? Tobi, da ist irgendjemand geflogen gerade, Tobi. Ein Schleimer-Kollege ist gestorben. Ein Popelblase. Schleimer down, Schleimer down! Popelblase! Da liegt Erik. Hier, bitte schön. Warte, warte, wir müssen ihn jetzt nicht erstellen. Wo ist er? Da oben auf der Strecke. Ah, komm her! Warte, er liegt noch. Hier, er schwebt einfach vor sich hin. Hä? Der macht Geistergymnastik. Ach so. Oh! Höh, höh, was? Vor allem, wenn man stirbt, ich meine einfach nur das Gebiß. Ja. Erik, guck mal hier, deine Kamera, deine Kamera. Ja, was denn? Hier, 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 leck dich hin. Curry, leg dich hier hin, Curry. Leg dich hin! Okay. Curry, was ist hin? Komm. Los. Ich bin durchsichtig und geil. Nimm mich. Okay, warte, ich fühl mich. Warte, 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 hier. Okay, Rekord läuft. Okay, geil, ey. Ich bin der Thor-Wächter. Ja, ich... Ey! Was war das denn? Sorry! Unauffällig. Was bin du? Ich bin nicht, Schroeder. Ich bin's nicht. Ich habe nichts getan. Ich habe mich gerade ausgekackt. So. What? Ey, Tobi, Mann. Ey, guck mal, guck mal, eine Tür. Wenn wir kacken müssen. Hörst du das? Ja. Ja, wieso? Kennst du das noch? Na, was denn? Arschloch. Denkst du auch, du kannst nicht bei Arsch, hä? Ei, 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 ei. Das hat mir jetzt einmal ge... Oh, nice. Huch, was war denn jetzt los? Nice, Pond. Sandwitz. Ja, was war denn jetzt los? Ach, die, ja, die Psychiatrie. Ja. Habe ich gespoilert? Nein, habe ich gespoilert. Nein, überhaupt gar nicht. Muss der Traitor die Innocence dann bis zum Tod quatschen, oder wie? Oder welcher Meister drin ist. Okay, warte, jetzt. Was ist das denn? Oh, das haben wir noch nicht. Tobi, Tobi, wenn du kämpfen willst. Oh, die Scheiße. Tobi. Wann habe ich die denn eigentlich? Iiii. Hörn mal auf. Der frisst wieder seine Nasenpopel, Alter. Ne. Oh, das sind voll mitgebrochen. Slimer? Okay. Boah, Alter. Ich habe ja gerade eine Hula-Puppe gefunden. Ich weiß gar nicht. Okay, war keine Leiter. Okay, war kein Leiter. Warum nicht den Weg? Ich habe trotzdem recht auf die Hula-Puppe gefunden. Achso, bist du Traitor oder was? Tobi? Ja. Bist du Traitor Pan, ne? Nein. Ja, ja. Ja, ja. Äh, Thomas? Ich fände ich hier. ÖH! Was ist denn hier? Was war das denn schon wieder, Alter? Du kriegst einfach nichts mit dir. Was war das denn? Oh, voll in die Grube gefallen. Und wieder hat er jemanden in die Grube geschubst. Genau. Iiii. Was denn? Geh mal weg. Ipan hat irgendwas ausgeschissen. Ich hatte irgendwie so'n... Was denn? Ey, 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 ey. Alter, Curry. Schieß auf mich, warum fliegt auf mich? Du bist doch Wahnsinn. Ich bin mir auch nicht sicher gerade. Pan, sag mir jetzt sofort, wo Tobi liegt. Ich weiß nicht, wo Tobi liegt. Ich weiß nicht, wo Tobi liegt. Curry, warum machst du mich so komisch nach? Du weißt es, Pan. Ich hab die... Das ist echt nicht in Ordnung von mir. Was ist das denn hier? Klappt wohl leider nicht, ne? Weil ich hab den nämlich sabotiert. Ey, ich war gar nicht drin. Du hast das gemacht, Curry. Das geht nicht. Nein! Nooo. Oh mein Gott. Pan fällt runter. Ich hab dich, Pan. Ja, 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 ja. Was geht denn mit dir, du krankes Pfeil, ey? Wo bist du manchmal so krank? Du darfst dich nicht bücken, äh... Ach so, Jan. Was? Warte, warte, warte. Nee, nee. Bück dich jetzt hier da. Warte. Ist ein Bio-Projekt. Sag bescheid. Warte. Okay, jetzt stehen wir auf. Steh auf. Ja, hab ich. Was passiert da gerade? Sollte ich das wissen? Los. Ich komm nicht so hoch. Ja, ich weiß, ich hüpfe auf. Ich sag nur Curry, Pan und ein B. Baby. Was ist, was ist da? Äh, ist... Hey, man, wer will denn da von da oben was unter? Scheiße, ich muss dir weg. Geht nicht. Tobi sitzt da einfach. Ich guck zu. Einfach geschockt gerade. Hey, man kann die Babys aber da oben wegschießen. Weiß genau, wo du bist. Äh? Hä? Warte, 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 warte. Wo? Geil. Hey. Hey, wach. Hey. Meinst du, du bin doof, oder was, Tobi? Was war das denn in der Aktion? Ich bin doof. Was war das? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT. Heute wird es gruselig. Huah. Ha. Ha. Hey, beweg noch mal den Kopf so. Thomas, beweg noch mal den Kopf. Nei. Ganz schnell so. Nei. Ah, warte, warte, wir mussten hier herangehen. Nei. Nei. Oh nein. Oh nein. Nei. Fick dich ins Knie. Leider auf damit, ich hab doch keinen Bock. Iiiieaaah. Höh? Geil weg da. Leute. Wieso haben die Innocent gewonnen? Wer hat mich erschossen? Hat mich jemand erschossen? Bei Paaren noch weggelaufen. Du benutzt deine eigene Chi-Hot-Bus. Ich wollte das mal machen. Wenn die schon mal da ist. Ich muss sagen. Was ist das denn hier? Ein kaputter Spiegel. Online-Zeitung, fuck. Hä? Was war das denn? Wer hat da, wer hat da den Babygun gemacht oder was aber das war? Was war, was war das denn? Grrrr. Hat dich angerufen mit dem Babygun? Tobi? Curry? Ey, ich bin ganz unten hier. Ich, ich weiß nicht wo ich bin. Hör auf jetzt damit. Tobi? Was? Bist du das? Ich hab die Fliegen gehört, Tobi. Da denk ich mal an dich. Hm. Ich bin echt Tobi. Wer bist du denn dann? Ich bin der kleine Tim. Ich bin der kleine Tim. Oh. Willst du Krumen haben? Nein. Ich will dein her. Mach mal das Licht an, man sieht kaum was. Wenn wir das Licht anmachen, dann sieht man uns doch gegenseitig. Scheißegal. Scheißegal. Äh. Alter. Alter, was los? Alter! Wir müssen win? Nein. Schade. Was ist denn Tobi? Sag mal. Ja, was denn? Ach, kann doch jetzt nicht haben hier, oder? Hä? Jetzt wär's auf die, ich pack hier fest, ich kann nichts mehr machen. Ich pack hier einfach nur. Nicht, dass es dir hier gefällt. Nein. Ich häng hier fest, weil ich kann nichts machen. Nein. Das ist ja schön. Ja, du Sack. 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 Wer war das? Ich nicht. Ja, ja, ja. Ah, lass mich mal raus hier. Was ist denn? Hey, bleiben Sie mal bitte stehen, junger Mann. Warte, komm, wir verbrennen ihn einfach. Warte. Alles klar. Yeah. Nein. Ich seh nix. Ich auch nicht, Tobi. Ich... Ich hab keine Ahnung, ich hab einfach gepennt. Was machst du? Tobi? Was machst du? Tobi? Ja. Alapan! Hä? 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 Channel, wir haben ja die Indie-Version von nem Style-Spiel... Was war das? Curry? Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Hä? Alter hat er sich schon... Ey, der hat sich selbst in die Luft gesprengt, das Idiot. Ja! Oh Gott, siehst du gut so nicht aus. Hör auf, ich bin nämlich Thomas. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, ein Lange. Guck mal, ein Lange. Guck mal, ein Lange. Nobi. Alter Tobi, du hast noch zwei Minuten. Behalt dich mal ein bisschen. Ja, das reicht. Für dich reicht das. Klar. Mir reicht noch zehn Sekunden. Länger brauche ich sonst auch nicht. Ja, das... Ja, das wollte ich gerade sagen. Pau! 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 Hey, lustig Tobi! Hey, warte mal! Oh, ich dachte gerade, da wäre jemand gelaufen, aber ich habe mich selbst im Spiegel gesehen. Curry? Was war das? Curry? Hä, Tobi, bist du das hier? Und nicht vergessen, Tobi ist Traitor. Immer. Jedes Mal. Die Abkürzung für Tobi ist Traitor, das soll unser neues Motto werden. Tid! Ich muss jetzt singen! Ich muss jetzt singen! Ich muss jetzt singen! Boast du'n geilen Arsch, Alter! Boast du'n geilen Arsch, Alter! Alter Tobi, danke, Mann! Boast du'n geilen Arsch! 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 Ähm, was war das denn? Curry? Ich hab' gesagt, pass auf! Curry! Ey, stopp! Hör auf, ich hab' mich zu schießen! Hey, Knochen trocken! Ja, das hab' ich zwischen den Augen gemacht! Ey, Alter! Tobi! Tobi! Wann war das? Ihr kleinen Bitches! Hey, Pan, Alter! Ihr seid Weiber! Was ist los mit der Pan? Dreckige! Hey! Hey! Boast du'n Police, Alter! Boast du'n Police! Wie aus dem GTA, ne? Wie vom GTA? Was ist denn los? Was? Tobi hat mich angeschossen! Überraschung! Ich hab' noch 20, der Wichser! Ja! Das war'n echter Ausdruck! Mach das doch bitte nicht! Entschuldigung! Entschuldigung! Tobi! Du äh, kleine geile Sau! Du siehst viel besser aus, wenn du dich nicht bewegst! Noch einmal, wir machen eine Schmuse-Party! Ey! Die Kuh! Wo hätt' ich auch voll drauf reichen können! Ey! Ja, ey! Was? Die Pan kriegt ja nix mit, also! Ey, unfassbar! Die Pan läuft einfach so rum! Blalalalalalalalal! Voll volle Nüften mit Milch! Alle tot, sowas! Was ist das? Vor allem alles scheint rum! Okay, okay, okay! Ich bin auf dem Selbstzerstörungstrip! Anales Blut vom Erik! Alles klar! Was? 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 Was ist los mit der Frau? Ich weiß nicht! Ich hab' zu wenig geschlafen heute mal! Anales Blut vom Kuh! Und das hängt nicht ins Zusammenhang jetzt! Und sieh mal Bilder mit dem Tampon auf ihr Gesicht! Ich bin voll übermüdet irgendwie! Ich weiß nicht warum! Wenn ich übermüdet bin, rede ich auch immer über anale Blutung! Ja klar! Ja klar! Weil wegen Blutung! Ich hab auch... Curry 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 Curry! Mit der Sonne im Hintergrund! Das ist echt schön! Könntest du bitte nicht... Oh... Oh! 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 Was ist das denn hier?! Ich hoffe, das ist so okay. Oh war das knapp. Ich hab grad voll deinen Slip gesehen. Ich hab grad voll deinen Gestalten-Slip gesehen. Oh, jetzt sehe ich doch meinen Arsch. Fanservice! Ist der denn rot wegen Blutung? Nee, der war schon wieder sauber. Bisschen eingekackt, weil ich mich erschrocken habe. Da ist ein kleiner Maulauf rausgeguckt, wie bei Wack-a-Maul. Aber sonst... Was? Ist das dein Ernst? Was stimmt mit dir nicht? Pass bitte auf! Wenn ich ster... Tobi, 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 Tobi! Ahhhh, der Tobi! Wer war denn jetzt? Ja, ich hab die Granale gebaut. Ja, aber ich hab vorsichtig gesagt. Okay, dann muss ich den Tobi... Schieße an alle Blutungen. Alter, was? Was ist denn los mit dir? Ich wollte das nochmal aufgreifen. Hey! Heute krieg ich's hin. Ich krieg's hin, ich schwör's. Äh, was war das denn? Okay, Tobi, jetzt. Ich folge dir. Äh, Pan? Ähm... Ich bin rückwärts gelaufen und da war ne Lücke. Ja, kann ich. Soll ich nochmal machen? Na klar, komm. Okay, Tobi, ist die Runde dann vorbei? Vielleicht? Cool. Komm, töte mich. Töte mich! Ey! Nein! Die Tastatur! Ja, natürlich! Was? Wow! Wow! Ey, diese Scheiß-Tastatur, Alter. Die Scheiß-Tastatur. Guck mal, Tobi, guck mal da unten. Hä? Hä? Tobi, warum? Was? Der ist grad einfach von der Kiste gesprungen. Warum? Der ist grad von der Kiste gesprungen. Warum glaubst du mir nicht? Weil... Ja, die Frage ist, warum glaubst du mir... Alles klar, Pan. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Hahaha. Hahaha. Wie viele weggeflogen ist. Wo ist der? Bommes. Du alte Penna-Sau... Oh, das ist gar nicht Curry. Na, brauchst gar nichts zu tun. Geh mit nicht. Wo bist du, du Schwein? Guck mal, wie... Ich bin gar nicht so fein wie du. Wo bist du denn? Ich hab grad Durst. Lach ich dir nicht. Ja, und du hörst auf zu lachen. Halt dich gefälligst an die Regeln, sonst schick ich... Sonst schick ich Leute auf den Kanal, irgendwie soll ich dann hegen. Hä? Hä? Hä, wo war's denn? Ich war hinter dem Auto hier. Die ganze Zeit, die ganze Zeit. Oh Mann. Ich, ich, ich bring dich weg, Tobi. Guck mal. Na komm, schieß mich ab. Ja, scheiße, was? Schwerkraft. Hast du nie in Physik aufgepasst, oder was? Idiot. Boah. Ja, okay, kann ich nicht. Alter! Äh. Was denn? Was denn? Was denn? Irgendjemand hat mich mit dieser Dings angeschossen, dass ich Dauerschieß und jetzt bin ich tot. Und ich hab Curry aus Versehen getötet. Oh, alles klar. Aber ich konnte dafür nix, weil ich ja dauerhaft geschossen habe. Okay, ist Curry. Ich bin gleich tot. Macht's gut, Freunde. Mach's gut. Dieser Kehl muss für Curry sein. Das ist ein vorläufiges Geburtstagsgeschenk. Was? Was? Was ist das? Was ist das für ein Geburtstagsgeschenk? Currys allerbesten Freund umzubringen. Oh, das war süß. Ich bin sicher, ich bin sicher Curry würde das nicht wollen. Ah ja, oder? Ja klar, seid doch alle eingeladen. Die kommen rum, ey. Die ist voll bewusst, alle. Aber ich komm nicht. Aber ich komm nicht. Das ist für jedes Jahr Curry. Ja, das ist für mich. Weißt du, der ganze Tisch, Freunde, Familie, alles so. So lange Tage. Ein Stuhl mit Tobi Schild. Und ein Stuhl immer leer am Kopfende, weißt du? Oh, mit dem Schild. So, Tobi, Tobi. Auch wenn Curry, wenn Curry zum... Geh von der Mitte weg. Geh von der Mitte weg. Das ist das Kleve Stadtzentrum hier. Kleve Stadtzentrum. Ab zum Rathaus. Yeah! Kleve! Wuhuu! Nice! Was? Die Akrobatin. Nee. Was? Warum? Oh, es riecht hier so streng. Nach nassem Fell riecht sie gerade. Heute, heute mit geilen Möpsen. Wir wollten heute geile Möpse zeigen. Wir brauchen die Views einfach. Oh, Alter. Vier geile Möpse. Jetzt kann ich ein entsprechendes Thumbnailfilm machen. Können wir ganz kurz vier geile Möpse aneinander reiben? Nee. Alter, ganz kurz, ganz kurz. Das muss sein. Ja, geil, geil. Und bitte keine Bombe jetzt. Bitte keine Bombe. Wir müssen jetzt reiben. Aneinanderreifen. Geile Möpse aneinander. Schlupen. Wir müssen uns aufteilen. Ja, ich kann schon weg. Okay, das war ein Fail. Ich hab mich selbst in zwei Hälften geteilt. Was? Ich hab solche Angst. Links, rechts oder oben, unten? Beides. Boah, das ist ja vier Hälften. Krass. Vier Hälften toten. Du auch? Du auch? Pan, was ist da los? Das war Trater. Nein, das kann jeder aufmachen. Ich schreit. Nein, stimmt nicht. Tobi, Tobi, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, Tobi. Was? Ich hab's gar nicht gesehen, Mann. Was hat ein Tobi gemacht? Ach du Scheiße. Pan ist tot, Erik. Pan ist tot. Pan? Pan. Der Tobi wurde aufgedeckt und dann hat er die Pan zum Schweigen gebracht. Das hat er nicht gemacht. Nein, 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 nein. Ah, Tobi. Tobi, Schwein. Schweinehund. Du Schweinehund. Was? Appadoria. Pss, 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 pss. Nicht verraten, nicht verraten. Turban. Ja, guck, der hat es eigentlich so angeschossen. Der hab ich voll erschocken. Ich glaub, es ist was passiert, Tobi. Was ist passiert? Ich glaub, der nimmt Skin jetzt wieder weg, oder? Ja. Guck mal, wie er grad im Tradershop war. Der stand grad mit in der Tür hier. Ja, klar, Curry. Ich sag, der Tobi war im Tradershop. Curry, Vorsicht. Das ist unser Heim. Okay. Soll in die Hundeklappe. Die Pan kann man sich auch wieder nicht sicher sein, ey. Ja, die Pan ist auch mal so ein Unschuldslamm. Das Ding ist, eigentlich könnte man sich sicher sein, weil die Falle wird sie ja nicht so selbst auslösen haben, aber die Pan ist so tollpatschig, das kann sie auch schaffen. Ja, leider ja. Leider stimmt das. Das ist leider absolut wahr. Aha, ich hab ne Bibi angehört. Kleiner Dreh. Ey, Pan, ich darf nicht. Oh, Entschuldigung. Ich dachte, du wirst Tobi vermeiden. Tobi, Tobi. Curry? Curry, Pan? Curry, Pan. Curry und Pan. Tobi, du kleiner Pisser. Dein dir noch zu Hause. Du kleine Pissnäcke. Verweige mit dir. Du musst ja irgendwo sein. Ich wusste, dass du hier unten bist, aber ich wusste nicht, in welcher Ecke. Ich hätte euch beide erwischt. Nein, stimmt nicht. Was? Was habt ihr gemacht? Hä? Warum? Warum? Weil? Boah, der ist satt denn, Alter. Wie der Ding einfach hochfährt und so. Ich tue ihn knapp. So, Curry und jetzt? Jetzt geht's los, Mann. Der tot. Curry, so. Der lebt noch auf dem Börr. Pan? Pan? Was war denn das? Ich wollte nicht mehr leben. Pan war tot, aber ich wollte nicht mehr leben. Was ist das denn passiert? Ja, Tobi? Nee. Hä? Äh, Curry? Geh weg. Achso, da bist du. Geh weg! Pan! Geh da hoch! Geh da hoch! Okay, ich bin jetzt safe. Wenn Tobi jetzt nicht zufällig trailt und hier unten unterwegs ist, bin ich jetzt safe. Ah! Ah! Nein! Ja! Der Tobi, Alter! Mein Ernst-Nemesis! Er hat die Falle aktiviert, Alter! Alter! Ich hatte keine Waffe mehr, ich hatte keine Waffe, Alter! Geil, ne? Geil, Hammer, Alter! Aua, Alter! Entschuldigung! Ey! Warte, was denn? Ich habe nur noch 34! Ich auch! Was macht ihr denn? Tobi wollte mich umdringen. Umdringen? Ah, okay, Pan. Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Ich bin's auch nicht. Ja, ich bin's auch nicht, ob ich dir trauen kann. Was? Ob ich dir trauen kann. Hä? Bist du doof? Du schießt einfach so auf mich. Ich wollte's einfach mal abkürzen. Du Lügner! Ich hab's geeinigt. Du Lügner! Ja, ja, klar. Aber die beiden waren eh tot, dachte ich mir dann... Ich hab auch noch eine scheiß fucking Tretermine, Alter. Ja, du bist genau auf die andere Seite gelaufen. Du Arsch! Was war denn los? Wieso komm ich denn hier nicht raus? Hallo? Hey! Machst du aus, Eric? Du hast ja nicht ganz Kind. Oh, meine Lampe. Warte nicht, töten bitte. Vorsicht! Ich hab damals gelernt, bei meinem Bewerbungsgespräch... Hey, hey, hey! Lass meine Lampe in Ruhe! Lass meine Lampe in Ruhe! Ich hab damals bei meinem Bewerbungsgespräch gelernt. Alles, was Grog sagt, ist richtig. Ja, ja. Das stimmt ja auch. Das steht ja auch so in einem Vertrag. Ja, klar. Der Curry kann das bestätigen. Stimmt's, Curry? Ja, sie haben recht. Sehr gut. Ja, Meister. Nicht, nicht, nicht. Ich weiß nicht, ob ich da runter... Ob ich da sterbe. Okay, Lampe, du gehst vor. Was macht ihr? Ähm... Hey. Ne, ich muss zumachen. Okay, ich geh weg. Ich geh weg. Lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, alles gut. Ey, lass mich! Ey, du noch einmal auf die Lampe schießen. Ich bring dich um. Lecker, Tobi. Du Arschloch. Du bist so ein Arschloch, Tobi. Du kannst doch nicht einfach auf meine Lampe schießen. Ich hab mich ganz hart! Tobi? Ja, ich hab ihn erschossen. Was? Er wollte nicht hören. Er wollte nicht hören. Paan, 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 Paan. Paan, Paan, Paan. Paan, Paan, Paan. Wieso laufst du hinter mir her? Tobi. Warum laufst du... Oh, wer ist... Wer ist es jetzt? Oh nein. Paan, bist du Traitor? Ich glaub ich vertrau dir. Ja, ich bin total Traitor. Guck mal, was für ein Traitor ich bin. So. Autsch. Oh, man. Autsch. 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 Morgen, Frieden! Autsch. Wir sind wieder zurück bei TDT. Wow. Wir sind wieder zurück bei TDT. Hey, hey, morgen, hey. Mit dabei heute Paan und Bonk. Weiß nicht, ob sonst noch nicht. Keine Ahnung. Der andere, der dabei ist, kenn ich nicht. Mit so'n Spacko, den wir aufgegabelt haben. Keine Ahnung. Ich hab aus Versehen... Ich hab aus Versehen niemanden getötet. Ich wollte nur sagen, dafür kann ich nix. Ich hab auch jemanden getötet. Äh... Tobi! Tobi, zeig dir mal, zeig dir mal ganz was. Ey, Tobi, zeig dir mal ganz was. Toll. Machst du jetzt Witz über Schwarze, oder was? Was? So, warte mal. Ey, du bist... du siehst voll gut aus, ey. Ja, du... Ich habe eine Geisel. Ey! Erik! Erik, was... Erik ist es. Mist. Wie, echt? Ah, wieso hab ich nicht gesagt... Curry? Curry, ich bin hier mit Curry. Ja. Und Eirange. Und dem Kacke-Baby. Okay. Curry, nein. Curry, böse, ganz böse Richtung. Was denn? Morgan Freeman, Morgan Freeman. Er kommt von Weitem übers her und bringt uns unseren Seelachs her. Für uns hat er die ganze Welt umreist. Ja! Hä? Was macht er denn hier, der Erik? Ich spiele Twins. Was? Was? Bitte nicht schießen. Hier sind Zwillinge. Wer ist wer? Höh! Alter, du hast meinen Bruder getötet! Höh! Ich weiß nicht, wer da grad gestorben ist, aber irgendeiner ist da grad gestorben, Pan. Ja. Was kann ich sagen? Probi ist es. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Ah! Äh, Curry? Hä? Nein! Nein! Doch! Nein! Doch! Nein! Nein, Tobi, nein! Pan, bitte! Tobi, nein, bitte! Nein! Tobi! Was? Pan, bitte! Was? Scheißt du mir den Weg ab? Tobi! Ah! Los, gehst du zurück! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Ich kann ja gar nichts machen dann! Wann ist das für ne Kack? Warte mal, ist vielleicht trinke ich was Falsches. Hä? Ist es wieder soweit? Ja. Oh, warte, warte, warte! Hey! Wie war's denn? Du litt, du litt Pan, ja? Du kleiner Zipfelbübschen, du! LP! Hahahaha! Das war so'n Schlag auf die Klasse! Hahahaha! Das bin ich, das bin ich! Boah! Hohohohohohohohohoaa! Wie isch, wie der weggeflogen ist? Aaa! Ah, zwei Minuten hast du ja! Weuhwa! Hä? Was... W... Ich, hallo? Das ist der Türchen. Ähm, Blue. Ich komm hier nicht mehr weg! Willst du ihn verarschen? Ach komm, Erik, das stimmt doch nicht. Hä? Hallo? Wer ist das für ne Ficke? Das ist der Bluch bei der Leiche. So, Curry, bitte nicht stören, ich muss ja dringend arbeiten. Ich hab jetzt zu tun. Hier sind Renovierungsarbeiten vonnöten. Möchten wir euch nicht reden? Ups. Gut, das versteh ich schon. Ich glaube dem Tobi. Ich glaube, dass wir uns nichts böses schieben. Erik ist grad gestorben. Echt jetzt? Ja. Was? Oh Gott! Okay, dann ist es Tobi. Oh mein Gott! Nein! Nein! Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt töten! Und jetzt... Und jetzt... ... Ja, das war schon schön, damals. Ich hab dir die ganze Zeit in die andere Richtung geguckt. Was denn da los? Mach Fässer kaputt. Ey! Du! Nein! Hö! Was? Tobi, war es schon wieder, Alter? Ernsthaft? Hä, wie aufmüsst du denn heute Traitor? Ey, der hat was umgestellt, ich sag's euch. Ja, ihr war schon dran, ich hab's auf jeden Fall zu einer dran, Mann. Ich glaube, der Tobi hat sich in den Server gehackt auch. Ja, klar, deswegen hab ich ein bisschen was gespielen müssen. Warte, warte. Scheiß Bot. Okay, tschüss. Ja, okay, ciao. Tobi bezahlt in den schönen Kinder für Views. Tschüss. Was? Stimmt. FC Schalke 04 FC Schalke 04 FC Schalke 04 Schalke 04 Nein! Nein! Wer war denn so doof? Alter, Uli, hast du das gerne? Oh Gott, was ist denn das hier? Der Schalke-Hai. Oh, was war er denn? Hey, hey, hey. Werden hier, werden hier, Alter, ich komm ja nicht mal raus. Dann ist es Pan gewesen. Ja, es war Pan. Das hatte ich aber für eine Lüge. Okay, die ist gerade aufs Dach gegangen. Was? Das ist schön gemacht. Ja, komm, Pan, her auf zu lügen, her auf zu lügen, her auf zu lügen. Ich hab deine Flosse durch den Automaten gesehen. Nein, 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 ich glaub... Komm her. Hä? Ganz kurz die Flosse noch durch den Automaten geguckt. Ja, aber Curry, ich hab gedrückt, ich hab gedrückt, die hat die Taube... Ich wollte nur kurz zeigen, wie ich als Hai durchs Wasser schwimme und die Pan kocht mich einfach, weil die Tiere hasst. Ach, die hat ja gerade noch erzählt, wie sie Hai gegessen hat, ne? Ja, ja, genau, hat sie gerade noch zwischen den Folgen erzählt, so, oh ja, hier Hai gegessen, so lecker, würd ich mal wieder tun, hab ich auch selber gefangen. Oh, ich komm, die Vegetarier aber, die Veganer aber, Amok. Hab ich einfach mit den bloßen Händen, hab ich den erwürgt und dann gegessen. Ist die Pan nicht auch immer Delfindubenfisch? Hey, nein, nein, aber echt nicht so geil. Das war bei so einem Bier im Essen so ein Hund. Curry, du bist ein Error. Oh, ne. Curry ist ein Error, es gibt das Stumpf. Ich bin Cerva-Admin, Alter. Cerva? Cerva-Admin bist du abends im Bett alleine. Ab noch. Nicht töten. Nicht töten. Also, Vorsicht, Tobi, Tobi, was machst du da? Tobi, nein. Okay. Hey, ich falle jetzt abgeschlossen, oder was? Ähm, was macht ihr? Was ist denn los? Was passiert hier? Hier, da ist jemand gerutscht. Ah ja! Wat? Wat? Okay, der Tobi hat dich gekillt! Achso, du bist... Oh, Pan! Hör auf! Tobi, tut mir leid. Du warst ein grüner Hai. Ja, Curry ist auch ziemlich fett. Was? 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 Hä? Was ist denn? Tobi, sag mal, bist du fertig mit der Welt? Curry ist schwanger. Ja, stimmt. Was? 13. Woche. Was wird es denn? Genauso eine Missgeburt wie er. Da ist jetzt drauf gewartet, ne? Curry zieh mich hoch! Sicher, dass es Tobi ist? Curry! 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 Au! Aschloch! Fahne, bist du ein Error? Ja, ja, Moment. Also jetzt im Spiel mach ich, ne? Also jetzt nicht so. Alter, wenn man auf den Error schießt, spürst du das Spiel ab? Was? Ähm. Mein Spiel ist abgestimmt. Okay, Curry ist raus. Äh? Hast du nur deine Hand? Willst du es rissen? Erik hat eine Armbrust. Was? Was? Was hast du denn in der Hand? Tobi? Tobi, Tobi. Tobiüt. Can you feel the Tobi inside? Duder, da, da. Was war das denn bitte, Erik? Warte, 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 warte. Warum streck ich mich nicht mehr? Was war das denn bitte, Erik? AUGHTER PIGOCKAKODOKK Angst! Hey Polstergan, Polsterga! Ich trock das doch, die Scheiße. Ich dachte, ich wollte den Tobi inside schießen. Alter. Was war das denn? WISO?! Tötet mich doch einfach alle. Curry, lock dich doch schnell ein, tötet mich auch. Da kannst du mir mal schlägern. Da bin ich ja auch. Ich hab dich set durch die Kimme. Warum glaub ich dir eigentlich immer hier, ey? Was? Ja, was denn? Warum kannst du denn so gut lügen? Ich sollte mir wirklich Gedanken machen. Wieso? Ich bin so hochschuldig immer noch. Ich trau dir jetzt, ne? Bist du, du dreckiger Drecksack? Der dreckige Drecksack baumelt zwischen deinen maskulinen Schenkeln. Hä? Was ist denn mit dir los? Ich hab keine Ahnung. Ich bin unter Drogen. Ich hab Angst. Alle schießen auf mich. Warum? Ich hab nichts getan. Wie alle? Was willst du denn? Auf jetzt. Komm klar. Mädchen. Mädchen? Mädchen, komm klar jetzt. Wir sind gleich ein Mädchen. Was? Was hast du denn gemacht? Achso. Ja. Der Regenbogen. Du bist ein Error. Ich bin ein Error. Erich ist ein Error. Erich ist ein Error. Erich ist ein Error. Ja. Okay, ich bleib mit Error, wer auf mich schießt. Nein. Oh, das wär immer ein Bitch. Das ist ganz was schlecht. Das ist doch nicht gut, Alter. Das ist doch nicht gut. Okay, wir laufen aber aufeinander zu. Komm, Tobi. Okay. Okay, 3, 2, 1. Oh, ja. Oh, ja. Das ist ja aus die Osterhasen. Ja. Hey! Was war das denn? Ich dachte, Tobi ist Traitor. Wieso? Weil ich ein Huuh gehört hab. Ein Thriller. Huuh. Hey, Pan, Pan, Pan. Ganz ruhig. Ja. Was ist los mit dir? Ja, du hast den Currygard getötet. Nein. Natürlich warst du das. Nein. Nein. War's das, Tobi? Nein. Pan, nein. Pan? 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 Pan ist ertrunken. Dieser fette Hai. Erik, jetzt sag mal. Ist das jetzt dein Ernst? Ist das jetzt wieder die ganze Zeit nur rumcampen? Mhm. Und du, Tobi? Widerlich. Ich hab Topschlange früher mal gehasst. Echt? Warum? Ja. Und du, Tobi? Widerlich. Ich hasste es einfach. Hä? Aber Topf schlagen? Warum denn? Ne, ich hab immer die anderen verprügelt. Mit nem Löffel? Ja. Und dann mit nem Topf. Und dann das... Garageneinfahrts, Tobi is not in use. Was ich ja nicht gemacht habe, offensichtlich, weil der Tobi von sich ablenken will. Tobi, es tut mir leid, manchmal muss ich's tun. Warning, Warning, Bullshit. Hä? Da hab ich die ganze Zeit drauf gewartet. Das muss leider sein. Danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge, wenn Tobi wieder am Campen ist. Ciao mit V. Tschüss. Weißt du, sagt der Obercamper. Ich hab unter jeder Folge stehen, der Grog ist nur am Campen, ne? Ne, ja, weil du das drunter schreibst wahrscheinlich als einziger Kommentar. Oh, ich hab einen Kommentar. Der ist auch von mir, aber egal. Tobi, das ganze Fake raus. Alle meine Fans schreiben. Boah, gemein. Sophie. Nein, nein, bitte. Pan, guck mal, warte mal. Ey, Pan. Ja. Na, 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 na. Böse. Curryschwetter, Curryschwetter. Okay, hau mich auch einmal, hau mich auch einmal. Nee, nee. Ich glaub, du bist die Linie näher. Na, geiler Magger, ne? Das ist ja eine Asche. Was? Tobi? Hat der Curry wieder seine, hat der Curry wieder toll geschauspielert? Aber echt? Was denn? Oder hat Tobi es wirklich getan? Hä, Curry, jetzt red halt. Alter, der sitzt hier in der Ecke, ne? Mhm. Ähm. Ja, was denn? Pan? Tobi? Die Pan steht doch hier vor mir. Tobi? Wie willst du eigentlich auf den Namen Gronke kommen? Lotto. Hä, ich wurde geteleportet, warum? Was war das denn? Hä? Pan, warum? Passbar. Hä? Hä? Siehste, die Pan macht immer Admin-Abuse. Alter, was ist hier los? Vor allem bin ich auch noch rumgelaufen, weißt du nicht? Warum macht denn der Curry so dreckig? Ist der Curry auch Admin? W-A-S-D, weißt du, ne? Kannste laufen. Sag dir der Richtige. Nein! Ja! Hey Tobi! Man denkt das andere genau so scheiße spielen wie er. Ah! Was war das? Das war der schönste Sprung, den ich jemals gesehen hab. Ich dachte, wenn ich auf den Tisch springe überliebt ist, ey. Warum portest du nicht? Tobi, das war nur einmalig. Ihr wart so weit auseinander, da dachte ich, ich bring euch mal ein bisschen mehr zusammen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber einmalig. Tut mir leid. Tut mir leid. Na komm. Ja, man tänzt uns ja gerne, ne? Was ist das hier? Ich hab hier Achselschweiß aus der Kimme. Ich weiß es nicht. Äh? Ich brauch gar nicht rein. Ich brauch gar nicht rein. Mit Sahne. Und einmal Wodka mit, äh, frischer Pimmelblase. Bitte, was? Was, was wollen sie, Tobinator? Was? Was ist mit der Jungen los? Soll ich dir was mixen, Tobi? Mixen? Was mixen? Was mixen? Hör mal, wollen sie was gemixt haben oder jetzt eher nicht? Mixen? Richard mixen? Was mixen? Hör mal, wollen sie was gemixt haben oder jetzt eher nicht? Gehen sie mal bitte weg. Transformier dich mal jetzt, Tobi. Sie liegt da oben im Treppenhaus. Ah, okay. Keine Ahnung, wo du jetzt bist, ob ich deine Schritte höre oder was auch immer ich höre. Erich wird keine Schritte machen. Geht ja auch schlecht, wenn man auf der Stelle steht, ne? Ohohoho, Tobi! Was passiert? Was passiert? Das ist ja unfassbar. Ihr Wichser! Hä? Was denn? Ihr elenden Wichser! So über die Toten zu reden! Hä? So über die Toten zu reden! Die ganze Zeit... Oh, ich warte! Oh, Bahn-Basis! Oh, ist das anstrengend! Ich muss die ganze Zeit hervorlachen! Bahn! Ich weiß doch nicht mehr, wie man seine Leiche platziert! Alter, für was für ein Profi haltet ihr mich denn? Ah, stimmt! Ey, das hättest eigentlich sein müssen! Ja, Mann! Ah, stimmt! Äh, Tobi? Ja, aber die Leiche liegt ja dort um 10 km weit am Treppenhaus! Du hast bei mir nichts in der Hand! Hä? Achso. Das sah aus, als hättest du grad so'n Rasier in der Hand für deine Afo! Das hat Spaß gemacht! Na 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 na. Okay. Hey, Tobi! Stopped! Stopped! Stollen wir histó um mit her! Feuichi! Ganz ruhig, Mann! Ganz ruhig! Oh, Scheiße! Was ist los? Wie auch immer Du bist, ich habe eine Waffe, Tobinator! Nein! Bahn, bitte nicht! Hä? Huch! Hä? Was denn? Ruf die Lampe, wie soll ich hab das grad nicht geschafft! So ein Scheiß! Da fange ich jetzt auf die Lampe! Oh scheiße! Ähm, hä? Oh! Ähm, Pan? Tobi? Bist du schon wieder im Drecksack? Wie der Kari wegfloppt! Boah! Ah, schade! Nein! Boah! Alter, du Drecksack, Alter! Oh, bist du immer Traitor, Mann! Ich dachte, der Tobi hätte mich jetzt erschossen! Ich dachte, der Tobi hätte mich jetzt erschossen! Der Kanzino, oder was? Pan! 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 Ja! Das hab ich nicht getroffen! Ja, hier liegt aber Blut! Tobi! Tobi! Ist mir egal! Scheiß ihn voll! Tschüss! Ich bin einfach abhaut! Ich bin dir auch die ganze Zeit hinterher gelaufen, du alter Po! Ja, du warst doch die ganze Zeit Traitor! Du oder Tobi! Einer von euch beiden ist immer Traitor heute! Also, ich weiß! Was ist das denn? Was war das denn? Japanisches Schulmädchen-Curry! Was macht ihr denn? Hä? Was machst du Schulmädchen-Curry? Ist das was Leckere? Tobi, du sollst die Uniform doch in den Schrank lassen! Ich bin... Na Pan! Mit Würfel! Na Pan, du... Tobi! Was machen wir denn? Ich bin's nicht, Mann! Ich bin es nicht und ich misst es! Also, weiß der Tobi von dem Spaß? Ich weiß nicht, wer es von euch ist, ich hab keine Ahnung! Hat der Tobi grad geschlafen, als er Spaß hatte? Was war das? Part! Sag ich doch! Schade! Mann! Partner! Was ist denn los? Wo? Wo? Hat er doch so komische, kryptische Zeichen und so Kerzen um mich rumgelegt! Tja, tritt sie auch! Was ist mit der Frau? Die ist voll psycho! Die ist voll psycho! Die ist jetzt voll psycho! Und das ist gar kein Spielfeature! Das ist einfach selber gemacht! Oh Gott! War ich ganz schön nebenbei noch programmiert! Ich hab wieder keinen Trailer! Ich glaub ich mach jetzt die ganze Zeit einfach nur so! Ahhhh! Und wenn ich tot bin! Okay, mach mal! Mach mal! Was Pan, was? Hä, 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 was? Curry, Curry, Curry! Bring mich um, komm! Bring mich um! Oh, das passt voll zur Wand! Oh! 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 Ich bin heute noch dabei! Haben sie immer FC Köln Lieder geübt, so weißt! Im FC Köln! Ich dachte als Hausmeister, der immer anguckt und so! Denning von den Öner! Oh! Wie macht die da? Der hat Peng gemacht! Tobi? Er hat Peng gemacht! Tobi, Tobi? Ja! Oh! Immer diese Pause! Was ist denn? Der macht ja wirklich! Jetzt war sie eben Absicht! Vorhin, sonst mach ich das eigentlich nicht! Voll die, ich hab's sehr gut gesehen! Ey! Erik! Was denn? Ähm! Ahn! Wer war das? Wer war das? Wer war das? Du wolltest doch nur den Abend vertreiben! Und nicht gerade allein sein! Und riefst bei mir an! War alles ganz easy! Beklein mir das Bein! Keiner lacht mit! Was? Ja, sind ja auch alle tot! Ach komm! Los! Auch alle! Lachen! Schau! Hier drunter is nichts passiert! Hört auf! Der Cricut alle! Boah! Wie ich einfach Lust habe auf so ne Schlager-Party mit Leuten die man kennt! Weiß nicht, weißt du, so mit Tobi, Curry, was ich pide? Alter, so ein richtig beschei... Ja, es gibt doch mal einen Mucks von dir. Mucks? Nee, Ernsthaft, wo bist du? In deinem Po, ganz tief reingekochen, damit ich gleich Pizza krieg. Bestellst du gleich? In meinem Po gibt's keine Pizza. Entschuldigung, ich bin krank, tut mir leid. Ah, ruf den Arzt. Oh, einer lügt. Nur einer lügt. Wann is es? Wann is es? Was war das denn? Ich hab mir fett ins Gesicht geschossen! Zweimal fett ins Gesicht und du stirbst nicht! Was war das denn wegen einem scheiß Afro? Wie konntest du denn leben? Boah, 38 Minuten, was haben wir gemacht in der Runde jetzt? Weiß nicht, weil die Maps so riesig waren. Aber Panik, ich hab mir zweimal fett ins Gesicht geschossen und du lebst? Das ist einfach viel zu viel Schmink. Ich hatte die Augen zu... Ey, ey, Junge! Also, ich würd euch nicht raten, etwas zu trinken, wo meine Füße drin waren. Ich bin ganz ehrlich. Nee, bei mir auch nicht. Bei mir auch nicht. Ich hab nie was getrunken, wo meine Füße drin waren. Hoffe ich. Nee, aber es tut einfach nicht. Nee, aber es tut einfach nicht. Bei mir, ich kann gar nichts... Man kann gar nichts von mir trinken, wo meine Füße drin waren, weil das verdampft direkt immer. Das stimmt allerdings. Oh, das bringt sich selber um. Es impliziert einfach. Was? Warum? Habt ihr... Ich hab mich doch leider... Boah! Tobi war schon wieder weg! Ey, ganz ehrlich. Nee, ich geh jetzt nach Hause. Nee. Tja, Tobi, ey. Hä? Naja, gut. Ja, ist gut. Haha! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tee, Tuse Tee, Tuse Tee! Alles klar, es gibt keine Waffen hier. Außer vielleicht diese vielen hier. Was ist das? Ich glaube... Ich hab... Ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe, ich hab ne Waffe. Scheiße. Ähm, was war das denn? Äh, ich lebe noch. Äh, Tobi? Ja. Bist du gerade von dem Sprungbrett runtergesprungen fahren? Hui! Ja, ich wünsche ich hätte das Sprungbrett getroffen. Äh, ne, da war ich nicht. Hau, ich geh spielen! Hey, Curry, bitte nicht schießen. Ich bin Witcher. Ich bin Witcher. Ich bin auch Witcher. Wenn du mich erschießt, dann gibt's keine Hoffnung mehr für Mittelerde. Voll Mittelerde. Ja! Tobi ist es, Tobi ist es. Echt? Na klar. Ach, du hast dich nicht um die Ecke geworfen. Hau ab, der will nicht hören. Okay, hör zu, hör zu! Guck mal! Ich hab das hier gefunden. Nein, nein! Soll ich... Ähm... Hey Pan, das war daneben. Alter! Alter, wir müssen echt mal schießen, einfach. Das ist der Tobi? Ja, wie soll ich denn den Speer um die Ecke vom Haus werben, Curry? Ach, du hast dich nicht um die Ecke geworfen. Hau ab, der liegt durch. Okay, okay, hör zu, hör zu. Guck mal, ich hab das hier gefunden. Ja, okay. Weil ich jetzt so neugierig bin. Ich hab da C4 platziert. Ähm... Ich bin mir gar nicht so sicher. Boah, das klingt so echt. Oh mein Gott. Boah, wie schlecht Pan. Was? Was macht ihr? Was glaubst du denn? Ich lebe! Ah, ist leider Herr Wurst. Du brauchst mich gar nicht abschießen. Du bist fürs Alter. Hey, warum? Ich mach gar nichts. Ich bin die ganze Zeit noch aufm Dach. Du bist es. Ich bin die ganze Zeit noch aufm Dach. Du bist es. Da hat schon wieder jemand geschossen. Ja, das war ich aber nicht ich. Aber klar, ich bin's ja. Hey Pan. Hey Pan. Ich hab Angst. Das ist Terror. Ja, gerade. Das war... Hey, ich will da hoch. Die Pan gerade in einem unachtsamen Moment beobachtet und sie ist ganz plötzlich an der Wand stehen geblieben. Okay, Pan war es nicht, weil sie gerade runtergefallen ist. Echt? Äh, Pan? Hä? Pan? Sie ist einfach runtergefallen. Toll, ich dachte jetzt, ich hätte mal was gut gemacht, weißt du? Jetzt natürlich die Frage, hat der Erik sie geschubst? So wie Timi damit ist? Nein, 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 nein. Ich hab gesehen wie die runtergefallen ist. Okay, gut. Okay, aber der Tobi versucht die ganze Zeit, äh... Ja, in Verdacht auf anderen zu denken. Du Lobster. Hey. Hey. Hey, 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 hey. Hey. Hobi. Ey, 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 ey. Smell my shit. Was hast du auf mich geschmissen? Ein Boomerang? Hä? Ich hab gar keinen Boomerang. Ja, was hast du auf mich geschmissen? Eine Lebensversicherung. Schlag mir mal kurz das Gesicht ein mit der Brechstange. Rüppel. Ih, voll blutig. Das sieht so wies aus. Sieht aus, als hätte Jennifer ihre Tage. Oh, Alter, Tobi, was ist los? Was ist wrong with you, Alter? Jennifer heißen, ne? Jennifer, genau. Ich bin schon, Alter, ich wollte mich doch abknallen, Tobi. Schieß mich ab, du Wieselkind, Mann. Zeig, dass du Eier hast, Tobi. Komm. Zeig jetzt. Zeig's mir, Tobi. Irgendwann zeig ich dir meine Eier. Zeig, dass du Eier hast. Was war da denn los? Äh, was war das? Äh. Tobi, schmuler Traitor, oder was? Ja, klar. Ey, was? Wer hat das denn eingestellt? Ohne Scheiß, die hat Paan eingestellt. Komm, Paane. Wie leicht, glaub ich, ist die Paan eigentlich? Alter, was steht... Paan? Ja. Paan ist es. Oh Gott. Ne, ne, ich bin kein Traitor. Ich bin kein Traitor, das bitte. Genau, ich hab auch genau nicht, überhaupt nicht gehört, wie du grad auf den Eier geschossen hast. Paan hat auf mich geschossen? Ich hab nicht auf dich geschossen. Sag, ich hab die Sniper doch gehört. Wir müssen uns in Zukunft aufbauen und du schießt auf mich. Ich glaub diesen bösen Mann nicht. Der lügt und ist ganz böse. Ich lüge überhaupt nicht. Paan hat auf dich geschossen, Erik. Ich hab's gesehen. Weiß nicht, wie ich mich trauen soll. Tarnmodus activated. Wo bist du? Hab ich getarnt. Es reicht mir jetzt hier. Okay, Paan, jetzt red doch mal mit mir. Paan, wenn dir jemals irgendwas etwas bedeutet hat. Curry? Ja? Wenn wir uns jetzt sehen und du bringst mich um, dann hau ich dir voll in die Fresse, wenn du herkommst. Wer hat mich in der letzten Runde eigentlich getötet? Pan oder Erik? Äh, das war ich übrigens. Warum? Weil du auf mich zuglauben bist und geschossen hast. Du hast erst mich geschossen. Ich hab gar nicht auf dich. Also am Anfang, klar. Das war aber jetzt aus Liebe. Dann hab ich auf dich geschossen, damit du auch weniger helfen hast. Und du erschießt mich einfach. Ja, du hast gesagt, du tötest mich jetzt. Und dann... Tobi, ich nehme mich nicht ernst, wenn du sowas sagst. Wann habe ich dich jemals als innocent getötet? Öfter. Allah, Tobi. Bitte was? Was ist Tobi? Tobi, bitte töte mich jetzt nicht als... Du hast keinen Skin. Du hast keinen Skin und ich hab auch keinen Skin. Nein, wir haben beide keine Skins. Aua! Curry, Curry ist es. Hallo? Was passiert? Tobi? Curry? Curry hat auf mich geschossen. Curry ist es nicht. Hä? Na, weil Curry hat auf mich geschossen hat, weil du ihm, glaube ich, diese Spritze gegeben hast von oben. Hä, was... Von oben eine Spritze, Alter? Was redest du? Ich war nicht mal im Haus. Wo bist du denn? Was ist los mit dir in deiner kranken Welt? Wo bist du denn? Das geht dich gar nichts an. Ich lass mich doch von dir nicht töten. Du bist oben im Täterraum und hast auf Curry ges... Ja, ja. Ja, genau. Ich war nicht mal im Haus. Ja, ja, ja. Netter Versuch. Und versucht irgendwo... Es ist Curry, der kleine Wichser. Hä? Hä? Es ist der kleine Curry. Habe ich Curry? Ich habe Curry getötet? Die Pan hat Currys ID eingenommen. Das kann sein. Alter, Pan, du knallst Dreckstück. Was ist los? Wieso lacht, Alter? Ähm, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich habe gerade ihren Bumerang gefunden, mit dem sie offenbar auf mich geworfen hat. Ich nehme mal Vorsicht, habe eine andere Waffe, bevor ich alles aussehen. Äh, wen haben wir denn da? Schiff... Alter! T-Tio Moment, Mentale! Ich hab... Alter, hängt der da rum als Currywurst und ich dachte, what the fuck? Äh, Bla, Bla negative Curry, Curry! Was machst du denn da? Hä, Curry warum? Was los? Ich hab, äh, hier Scheiben gewechselt. I hurt myself to die, to see if I still bleed, if I still bleed, if I still bleed, I hurt myself to die, to see if I still bleed, 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 it hurts. Weep. Tobi, wo bist du? Antwort doch mal. Das war ich, sorry. Wenn du gefragt was musst du antworten, Tobi. Tobi, na door. Was ist mit ihm geschitzt? Engine-Error. Mein... Nein! Garry's Mod ist gerade abgeschmiert. Nein! Too many indices for index-buffer. Tell the programmer. Ja? Was? Oh, meine auch! Wollt ihr mich verarschen? Geil. Ich bin fucking Traitor seit 5000 Jahren. Nervt ihr alle, Mann? Nice, Curry! Das ist doch unfassbar. Dieses Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Ey, das ist geil, ich konnte nicht mal in den Trader-Raum gehen, Pan. Ich konnte es nicht aktivieren. Warum nicht? Lass doch mal noch zwei, drei Folgen aufnehmen jetzt. Finde ich gut. Ja, klar. Ich würde sagen, es ist fünf Uhr morgens, haben wir Zeit. Können wir den Hashtag dem Curry in die Kommentare schreiben? Hashtag was, Curry? Hashtag was? Ja, so ein schönes Hashtag. Don't worry, Curry. Don't worry, Curry. Ja, don't worry, Curry. Hier ist Hashtag Arschloch-Tag genommen. Okay. Ich kann auch irgendwas machen. Hallo. Hallo. Tobi, gute Idee. Ach, guck mal, der Chat. Jetzt kann man sehen, was der Chat hier schreibt. Und die wissen gar nicht, dass die Aufnehmung gerade. Ja, passt. Sehen wir nach unten. Jetzt wollen die Frau Seven einfach den Chat jetzt aufnehmen. Ja, geil. Statt den Chat-Log einfach an Videofilmen. Ah. Den wir einfach mal weg jetzt. Warte, Chat die gerade offen? Ich will ja wieder, dass man auf seinen Kanal guckt. Jawohl. Passe, 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 passe. Ich schreibe mal ganz kurz, äh. Ich gleich mit der die Hose. Hallo, ihr seid gerade in der TTT-Aufnahme. Vorsicht, bitte keine perversen Themen wie sonst immer. Sonst kriege ich kein YouTube-Money. Sonst kriege ich kein YouTube-Money. So, mal gucken. Jetzt kommt wahrscheinlich Busen. Okay, was? Was? So, mal gucken. Nippel guckt raus. Aha. Was? Okay. Oh, leg nicht bei mir. Schade. Okay, hier sind gerade Nippel-Themen. Ah, jetzt. Herr Currywurst, Allah, ich bin so geil, schreibt Herr Currywurst. Was ist da los? Boah, krasse Szenen auf meinem Channel. Alter, was ist denn los mit euch beiden? Was ist denn los? So, wenn jetzt nicht. Komm her, Tobi, komm her. Ey, ich bin gebannt. Alter, was ist das denn? Tobi nicht, oder was? Oh, Mann. So, nein, du bist nicht mehr gebannt. Du bist ja schon Unband. Alter, das war noch nicht zum Spaß. Küst, Tobi, ne? Ich denk an dich, ne? Ciao, ciao. Oh, geil, Gary, Mann. Finde ich super. Ich war mir in der Hose. Tschüss. Ah, geil, ja. Geilen Schwuletten. Oh, Trigger-Party! Yeah! Oh, Freunde da, Friends. Mehr Views durch Busen. Hallo und herzlich willkommen zurück nach einem kleinen Preußchen. Nach einem kleinen unfreiwilligen Preußchen bei T2T. Bei T2T bei T2T und wir sind alle... Achso. Nee, tatsächlich bin ich kein Trader. Ja, Tobi, wie immer. Pan ist Trader. Tobi, wie immer. Oder Tobi, Pan oder Tobi. Einer von beiden. Ja, auch bei Tobi. Ich bin jetzt voll dicke mit der Pan. Ich hab das jetzt... Sag doch mal ehrlich, was hast du dir Pan gegeben, damit du immer Trader sein darfst? Echt? Ja, echt? Stimmt, Tobi, weil der ist so oft Trader. Ja, ich dachte, dein Körper irgendwie. Du hast Geld? Ich hab Geld, ja. YouTube, Mann, die Regel. Ich dachte, bei YouTube macht mir jetzt keine Kohle mehr. Die ganze Werbung ist doch runtergegangen. Nee, bei mir geht hier hoch, weißt du? Ich bin einfach... Einfach ein ganzes System, weißt du? Also, also, Curry, ich wollte uns mit Kleve treffen und da jetzt in der Innenstadt Musik machen. Achso, echt? Ja, klar. Wir haben ja schon... Jetzt haben die Leute übrigens irgendwie an... Ey, Curry. Ja. So, jetzt reicht's. Wir haben für Kleve geübt. So, jetzt reicht's. Wir haben für Kleve geübt. Das ist ja geil, ne? Also, wenn ich Trader wäre, Tobi, wenn du Bock hast. Curry, wie ist denn die Hohle... Die Hohle. Wie ist denn die Hohle unten? Wie ist denn die Hohle unten, Alter? Denk dran, das C4, das ist gefährlich, das kann explodieren, ne? Danke für den Hinweis, lieber Curry. Das war sehr zärtlich von dir. Ja, sehr zärtlich. Bitte, Pan. Hör auf. Ich bin gar nicht mehr in seiner Nähe. Pan, hör auf, bitte. Pan, hey, Pan. Äh. Ja. Okay, gut. Nee. Alter, der Curry hat fett auf mich geschossen. Ey, voll nicht. Der Curry hat fett auf mich geschossen. Ich schwör auf alles. Ja, nein, er schießt ihn doch. Er ist definitiv Traitor. Ich hab ne Kackwaffe. Was? Also, der Skin ist echt komisch. Ich find die Musik ja ziemlich geil. Ja. Ernsthaft? Oh, krass. Ich hab auf seine blonden Haare geschossen. Alter, Pan. Die Hitbox wird nicht größer durch den Skin. Oh. Das ist ja eine ethische, moralische Entscheidung. Ich glaub, eine rotere Schriftziele muss ich da auf jeden Fall jemanden töten. Tobi, was willst du? Wir machen jetzt ne Pädagogenrunde, TTT. Fangen wir auf, Tobi. Was? Pan? Pan? Willst du weg, weil die Map so klein ist? Was war das denn? Ja, Traitor? Bist du in den Prinzessin, Pan? Ey, wer ist das? Wer ist das? Curry, Curry, Curry. Ich hab genau gesehen, dass du grad da die Tobi-Leiche reingeworfen hast. Hä? Tobi, wie ist der spricht nicht mehr, der ist tot. Ich bin doch hier. Bist du besoffen? Guck mal, wie ruhig. Hä? Das liefst du nicht. Hä? Soll, wir müssen die Ringer schießen jetzt. Der Curry, der Curry lebt wieder in seiner eigenen Welt. Ist das wieder Propaganda-Curry oder was? Ja, na klar. Du Ruhig. Der Junge hat sich doch rein gefahren. Ähm. Wer auch immer da hoch... Wie bist du da hochgekommen? Hä? Pan? Ich hab den ultimativen Trick gefunden. Pan? Was ist denn dein Jetpack? Hä? Warum bist du da hochgekommen? Warum bist du da hochgekommen? Warum bist du da hochgekommen? Ich bin der Shooter King. Ich fand's, als gute Spiele sind. Bing, bing, bing. Und ganz viel bumm. Da fallen alle feine... Nein, der Shooter King! Der Shooter King! Der Shooter King! Pass auf! Okay, ich bin Traitor. Ich würd gern mal in ein Rohr rein. Echt? Okay, ja, geh mal. Ja, das wär ganz cool. Soll ich den 1 anbieten? Los, flieg hoch. Ja, deins ist noch größer als das hier. Da komm ich ja gar nicht drauf. Was? Und nicht grün. Achso. Oh, dafür... Mehr so dunkelblau. Was? Das war... 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 Ich hab keine Ahnung. Ist das auch beim Nackbar hier? Äh... A la Curry, was war das denn grad mit der Babygun? Für ein verwichster Versuch. Unter Wasser. A la Curry. Wie dumm kann man denn sein? Oh mein Gott. Was war das denn? Bist du erstickt oder was? Ich bin da drühe. Wie die Leiche da treibend. Ich wollte grad... Ich wollte grad wie so ein Junge... So ein König aus der Asche von mit einem Jetpack aus dem Wasser raus... Mach dir da einen Human Centipede oder was? Tobi, kannst du... Tobi... Ah, nein! Oh, Curry. Mach dir einen Human Centipede. Hast du das? Tobi? Ja, ja, genau, genau, genau. Bin ich auch gern dabei. Komm, Tobi. Komm, friss meine Scheiße, komm. Hä? Was? Was? Alter, cool. Man kann hier aber nicht runterfallen, das ist gut. Tobi, der andere Leute fiert. Tiro rüber! Oh, lol. Ähm. Oh, ja, warte, wenn ich mir da... Tobi, das war der beste Sound ever. Tobi! Alle Erwartungshopfeuze und... Alter, Tobi, sieht richtig geil aus da unten. Hä, aber wie kommt man denn dann da rein? Und ich weiß, wie man sich noch... Also, mich würde mal interessieren, wo jetzt dann der Kopf ist. Auf dem Hals. Ich hab vorhin auf den Kopf geschossen von der Pan und der Skin ist einfach... Ach so. Wahrscheinlich da, wo der Hals ist oder so. So wie bei dir. Ja, ich hab ihn, ne? Ja, ja. Ich hab... Ich hab... Hat ein bisschen gedauert. Ja, ganz cool. Äh. Das ist so schade. Das Gesicht von ihr so... Wo ist denn der Curry? Curry? Oh Mann, oh Alter. Voll die Männerstimme. Ich hatte schöne Leiche da hinten platziert. Keiner findet die, ey, toll. Ey, Erik, ich hab es doch gesagt. Du kleiner Dreck. Mal sehen zu. Ich glaube Curry ist es. Ah, verdammt. Ich hatte den Bumerang nicht mehr. Ich dachte, ich hätte den Bumerang noch. Verdammt. Ja, ich will Pikachu sein. Pikachu? Aber Pikachu. Willste Pikachu sein? Ach, war das schön, ey. Oh, war das schön. Alter, ich wäre sogar in Team Rocket mit Tobi. Aber ich glaube, die Map ist nicht so. Die Mario Map, meinst du? Wir sind wieder zurück bei Let's Play Trouble in Terroristown. Und wir haben heute den Tittensimulator hier rausgeholt, ne? Tobi, wacke mal mit deinen Titten, bitte. Bück dich mal, Tobi. Tobi, ich seh deinen Arsch. Bück dich mal, Tobi. 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 Tobi, mach mal. Mach doch mal jetzt. Die Map ist cool, ne? Ja, ist cool, ne? Ja, ist cool, ne? Orange, das gefällt mir. Orange, orange. Kann man in unserer Kollektion mit anschauen. Die kommt ja nach ganz oben. Hast du da was geworfen, Pandoria? Nein, ich war das nicht. Hä? Tschüss. Äh, äh, hey, nein! Oh, die Ohr, die Ohr, die Ohr und die Ohr. Oh, 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 oh. Ehh, das ist über Blut, warum? Warum ist er über Blut? Alter, Tobi. Ehh. Pan, geh weg, hin. Ich weiß, was gut ich bin, Ehh, wer war das? Ja, da fahr ich. Ah, ja, Tobi. Oh, das war Tobi. Entschuldigung, ich dachte, wir waren. Ich bin der Boss im Internet, wenn ich mich mit den Kindern fetz. Ich hab keinen. Pan. Ja, da fahr ich. Alter! Oh, Tobi. Oh, das war Tobi. Entschuldigung, ich dachte, wir waren. Schatz. Paaren! Mich haben grad Tobi getötet. Ich wollte das nicht. Tobi, ich liebe dich. Tobi, ich liebe dich. Ich bitte nicht. Du hast einfach ausgesehen wie Paaren in diesem Kleidchen und so. Ich kenn die nur so. Die läuft zuhause immer so rum, wenn sie putzt. Ja, das wünsch ich mir. Was nie vorkommt, deswegen... Ey, boah, okay. Wo bist du denn? Wieso gibt's hier so Scheißknarren? Tobi, wie sagst du nicht ne geile Knarre fallen gelassen? Du bist so einfach... Weißt du, ich töte dich extra und du lässt nur Scheiße fallen. Was denn mit dem Tobi... Oh, Alter, Alter! Was ist denn da mit? Ich hab nen Nippel gesehen! Ich hab grad nen Nippel gesehen! Oh, mehr Views durch Busen. Warte, redest du mit Curry? Bleib steckig! Oh, warte, kannst du noch mal die Leiter runtergehen? Hier, bitte? Oh, das ist... Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wie... Wieso springst du runter, bist du bekloppt? Alter wärst du dir Gott... Ich war... Da rutscht man, da rutscht man runter Tobi. Ey Tobi du bist wieder ein Mann. Ja ich weiß, ich brauch erst ne Waffe, ich muss mich verteidigen. Oh, das ist ein Mann, oh geil. Oh, lass uns alle auf ihn stürzen, komm mit unseren Schlüppern, hui. Das war ja blöd, dass du fast tot bist, ne? Äh, was war das denn? Ey Fran! Alter, wieso schießt du auf mich? Ah, ich dachte du wärst Pan, Pan ist ja wie Traitor, die hat auf mich geschossen. Achso? Ernsthaft? Ja. Ist gelogen. Ich glaub den... Warte mal, bleib Pan. Hey, Peach ist voll toll. Kannst du mir auch mal unter'n Rock gucken, wenn du willst. Ne, da ist alles so sinnvoll. Ne, Curry, was soll das? Genau. Wow! Ich hab dann Bumerang gehört. Pan? Pan? Ich hab'n Bumerang, Pan ist durch'n Bumerang gestorben, ich hab's gehört. Ich hab den Bumerang fliegen gehört. Tobi? Ja? Was sagst du dazu? Tja, Curry. Okay, dann muss es essen... Das war jetzt fies. Da geht's noch was ganz anderes fies, Freunde. Dann ruh' ich nämlich meinen Akkuschrauber raus und dann geht los. Dein Akkuschrauber? Hau doch ab, Alter. Mit deinem Sägebettchen da. Mit deinem Sägebettchen? No! No! Erik? Erik? Warum sind eigentlich immer wir zwei als letztes, Erik? Ich weiß auch nicht, Tobi! Was ist das immer? Ja, wo bist du? Weg! Wo du bist, verreicht! So Kilometergeld mäßig? Wo bist du denn jetzt schon wieder? Der crouch doch schon wieder irgendwo rum. Das stimmt doch gar nicht. Ich nehme doch keinen! Ja! Nein! Du dreckiger, Alter! Warte mal, wo ist Fahns Leiche, Alter? Penis. Was? Oh geil, wo? Was? Was? Warte mal! Moment mal! Ähm... Hast du mir was zu sagen? Wir zeigen dir die ganze Zeit Titten und Ärsche! Ja, und? Ja, das ist in Ordnung. Emanzipierung oder so. Ich dachte, ich bring mal Gleichgewicht rein. Alter, er haut mich schon wieder mit seiner scheiß Crowbar. Ja, wenn du Lust hast. Ich hab noch 35 hab ich noch. 35, Curry! Entschuldigung, okay, es tut mir leid. Ja, Curry, du hast wieder Freitod jetzt. Du hast eine gewisse Grundaggressivität, ne? Nein, nicht Freitod, ich will nicht Freitod, nein, geh weg! Er ist ja da! Lass du wieder auf dem Auto machen, Lichter fangen oder was? Geh weg! Was? Lichter fangen alle! Also stehst du jetzt nicht, ne? Ah, hier bleib ich. Ich hasse Leitern! Äh, nein! Was? Pan! Pan, was ist los? Ich hab grad nur Platsch gehört und ich glaub... Ich hasse Leitern und dann ist sie runtergefallen. Ich weiß nicht, Curry, ich steh nur hier oben. Wie bei der Schlucht mit Tim und Tim. Hast du die da runtergeschubst? Nein! Doch, das müsste... Wenn der Erik da in der Nähe... Nein, 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 stopp! Pan hat gesagt, ich hasse Leitern. Wenn der Erik da in der Nähe war, dann hat er sie geschubst. Das ist doch klar. Nein, 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 nein. Ah, Tobi, gibts doch einfach auf. Arme kleine Jungs mit Krumen verarschen, das kann der Tobi sein. Erzähl du mir lieber mal was mit Gerd passiert ist. Der ist nämlich tot, hab ich nämlich gerade jetzt erfahren. Der ist überhaupt nicht... Hä, der ist um mich tot. Der ist im Stall und glücklich. Der ist, was ist denn mit dem Lagerfeuer da? Was ist denn da unter dem Lagerfeuer? Was ist denn mit dem Lagerfeuer? Da gibt's denn Lagerfeuer. Der ist dann Lagerfeuer. Und der sagt, der da liegt. Was ist jetzt hier los? Ferner von deinem Zehn... Hey, 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 hey. Gerhard hast du auch getötet, auch die Schlucht runtergeschubst wahrscheinlich, ne? Ah, da Tobi, misch dich nicht in Dinge ein, von denen du nix verstehst. Erik, du, warst mal da gestorben? Ich weiß. Lol. Ist der tot? ich weiß es nicht einfach ruhig das heißt ja nichts bei dem ja eben das ja ich dachte wo wir auch mal die fresse zu halten ich kann ich nicht durchziehen weil ich mal labern muss ja klar habe ich meine höchsten eben zur seite geschubst ich habe gerade stimmungsschwankungen hat es sich bei mir abgeguckt möglich ist okay ich habe keine läuse zu häuseln bist du sicher dass du keinen traitor bist nein scheiße alter ist doch doof ich habe schon wieder keine ahnung was das hier ist für eine map können wir jetzt nicht darüber reden was gerade passiert ist nee haben wir nie gesehen werden noch alle mädels umgebracht die über zwölf sind oder wenn wir in indien ich kann mich nie wieder blicken lassen ich kürbel die aufgabe abbrechen warum denn alter ok ich 3 also wer moderiert an die tippen machen richtig Tobi macht das boah geil dann lass mal hüpfen lass mal hüpfen guck mal hier beim laufen oder wenn ich mich dreh guck mal ja ist echt so guckermiss geil er kriegt erstmal Toyota geil erstmal fette Physik Engine sind